Guter Counter gegen Warwick Top-Lane. Weiß ich gar nicht wirklich. Ich habe dagegen Jace gespielt und es war nicht interaktiv. Ich konnte aber ein bisschen First Strike auslösen und einfach farm. Warwick Top kann schon sehr überraschend viel Schaden machen. Also, ja, weiß gar nicht wirklich. Vielleicht ist Jax fein? Jax kann halt die Q und die Ult blocken, ne? Ich finde es so die kommenden Item Changes frustrierend. Ich verstehe nicht, warum Riot nochmal Top-Lane nerfen möchte. Alle aktuellen Champions, die gespielt werden, außer Gwen, generft werden, finde ich nicht nachvollziehbar. Vielleicht wollen sie einfach wirklich eine Tankmeter. Das ist was Riot scheinbar machen möchte. Dass sie einfach die Bruiser so hart nerfen, dass nur noch Tanks Weibler sind. I don't know. Weiß nicht, also zum Beispiel Noe hat ja gesagt, dass sie es eigentlich komplett fein findet, wenn sie die P nerfen und Top-Lane einfach eine Hyperscaling-Bruiser-Meta entsteht, wo einfach die Bruiser halt mit der Zeit das Game dann am Ende übernehmen sollten. Genau diese Bruiser jetzt zu nerfen, ich weiß nicht wieso. Wird es so weak im Vergleich zu Jahren, die zuvor. Verstehe ich es nicht. Ranty Camille kommt aber dadurch zurück. Ja, aber Trifoss wird generft. In dem, was Trifoss machen möchte, wird Trifoss generft. Na, du wirst wahrscheinlich Trifoss kaufen, weil Divine Santer auch generft wird, aber deswegen ist es ja nicht ein guter Change. Geht jetzt nicht auf GP zurück, weil die Tank-Matchups relativ free sind für ihn? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, Reven wird einfach die Königin der Top-Lane sein im nächsten Patch, weil ihre Items nicht angefasst werden. So kurios, weil alle anderen Items werden runtergesetzt an Leben und dafür mit mehr AD, aber Trifoss wird runtergesetzt in AD und kriegt mehr Leben. Warte noch, ist weird. Eigentlich ein relativ jelliges Game, einfach spielen. Einfach farmen. Ich bin da die einzige Epic-Quelle, ich werde so reinklatschen. Vielleicht sogar Shadowflame wirklich gut an. Protobelt-Shadowflame auf Wladimir. Protobelt-Shadowflame, Deathcap. Klingt wild. Mid-Game gerade mit seinem Jungler wird er besser spiken als ich. Wir sehen aber, danach bin ich für das ganze Game Late-Game stärker, wenn er nicht im Mid-Game durchsnowballt. Mit jedem Punkt, den Wladimir im Q macht, ist er glücklicher. Ich hoffe, eine relativ spät Ability-Haste. Nicht wie früher, wo man diese geilen Build-Puffs hatte. Kindle-Gem und Finish-Kodex, dass Wladimir Top-Lane so gut war. Das ist ja quasi, wir gehen bei einem Hammer in Full-Damage. Losche seine Bomben und geben guten Damage an der Stelle. Es ist halt keine Kill-Busher für ihn oder für mich hier in Mid-Lane. Eine Situation, wo man auch wirklich die Wave holten kann für Wave Clear. Aber ist er eine mindige Body-Block gewesen? Wom kommen die Mages zu spät? Wer wird der Fuck vom Kunde kommt, der Kenne mit noch zu spät? Hä? Was ist das da passiert? Ja, wir müssen gehen einfach weiter. Den hat jetzt Swift-Disk gekauft, der wird wahrscheinlich roben wollen. Nämlich auch ein bisschen outleveln, natürlich über seine Passive kriegt der Bonus-Exp, wenn er es mit irgendwem sharert. Aber es ist unmöglich, jetzt einen Mid-Lane hier zu generieren. Der Jungler hat eine Trainer, die er stacken muss. Wir sind ein Bladimir und wir werden, wie gesagt, auch so in einem oder anderen Gank erleben. Also die Sache, der Pike ist einfach Mid-Lane und danach kann der Board dann wieder gehen mit Silien. Aber ich kann es nicht ändern, weil, ob es die gemeinsam in der Mitte gekommen sind. Die haben sowas sterben, das ist einfach ihr Fehler, weil wir haben sie genau Pike Mid-Lane gesehen. Also genau so, die Skills, die sie nicht random bekommen darf, weil es so offensichtlich ist, ne? Sowohl Bot-Lane als auch Top-Lane. Ja, alle so dumm. Komm mal, Guys. Wenn wir in der Support-Mid-Lane kommt, Kenne mit den Shards und sogar für den Mid-Lane Award, natürlich können die roben, hä? Come on, Guys, come on. Das ist jetzt wenig überraschend, bin ich ehrlich. Ich brauche mir einfach nur noch, wir brauchen Shadow-Form von Jyn und dann ist er eigentlich von Jyn von Kane. Und dann haben wir vielleicht ein bisschen mehr Playback-Potenzial auf der Map. Aber vielleicht, wenn Suraka sich auf der Map bewegen könnte, wäre das nice. Oh, nice. Rückziehen. Am Junge. Soll ich mit Auto-Attack bekommen. So geil. Soll der Axis-Tag, so ein kleiner Shutdown. Das won't we like. Eigentlich sollte U-Gott sogar Plates nehmen. Er nimmt die schneller als ich. Suraka sollte die nicht mit uns sharen. Noi. Ich bin der Damage von Kane. Mein Ult hat vier Mann getroffen, das war auch keiner neat. Ich habe noch zwei gezielt, aber wie peigt man noch daneben und keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Echt geil. Wir bekommen mit 3000 Gold und jetzt sind wir eigentlich im Mid-Game von Bad Even, haben wir eigentlich auch Scales. Sowohl Kane als auch ich sind jetzt stärker. Wir haben nicht genug gesnobahnd mit Seelen und den Pressuren, den Roman im early-Game. Aber wir gehen in die Shadow-Flame. Wenn wir jetzt gut spielen, sollten wir eigentlich auch Scales haben. Ich bin jetzt nicht meine Wave. So deep hier. Ich habe Angst. Ich hoffe, der stirbt dann der Ult am Ende, oder? Oh mein Gott, ich habe es so gesmuffed. Nice. Meine Ult hat genau am Ende geprockt und mit Protomit habe ich Pike bekommen. Richtig getimed gegen Seelen-Ult. Das war nice. Ich glaube, ich war schon das gesamte Team. Noch ein bisschen mehr Gold und ich war noch da alle. 12 dafür zu Flash im Mid-Game. Ich bin da vielleicht nicht mehr für einen Kill, sondern für 50, aber ja, ich denke 2. Soll ich noch Mejas gehen? Wenn ich Mejas gehe, ich habe 10 Stacks. Kann ich nur sterben, dieses Game? Eigentlich bin ich so OP. Ich glaube, ich kann Mejas gehen. Wie teuer ist das? Warte, kann ich beide Items kaufen? Nein, nein. Vor allem, der Movement Speed ist halt so nice. Ah, Moment, schade. Ich habe den Anbendamage geblockt und er ist einfach tot jetzt. Wenn ich jetzt sterbe, dann wäre das nicht gut. Not sure what happened there, aber ich wollte eigentlich nur meinen Ult für Seelen-Ult traden und ihn dann töten und dann, wenn er rauskommt. Ich vergesse, so war kann man ein Bestes und das war so oder so bad. Helix Champion, ziehe ich hier. Nice. Wichtiger Schattung zumindest. Ich bin gerne in den Kill bekommt für 4 Major Stacks, aber das ist fein. Die gehen jetzt schon bei 3 Drakes. Nichts, was wir wollten, aber wow, es ist what happened. Ich kann auf gar keinen Fall mehr schlecht flashen, ich muss einfach nur für Teamfights jetzt flashen. Mehr Leute treffen mit Oils und dann kann ich den fight carrying. Pike war hier. Ich hoffe, ich beginne mit dem, den ich morgen hinten darf. Vielleicht geht Jace für den Turret, das wäre geil. Nice. Ich guess, wir laufen aber rein. Wir müssen es akzeptieren. Bitches gave me more incentive. Wir können turnen, no? Nash Force no turn. Und so viel Sustain von mir und Soraka vor allem. Einmal an Ult, Albert. Das ist mein Liebling, dass ich durchkomme. Können wir Nash finishen doch? Kann ich nicht durchkommen, ist doch. Ah, nice. Das Game is over. Haben wieder mit Outback ein Key gemacht. Das hat der Fight mit Flash und Ghost, genau den wir wollten. Einmal Leute getroffen, der kann sehen, auch niemanden Ulten, der wichtig wäre. Und den Rest nicht weit übernehmen wir dann allein. Das ist ein geiles Game. Macht Spaß. Noch nicht so eindeutig, ne? Die gehen aber nur noch drei Drakes und zwölf Kills. Wir haben early game, haben sie durchaus gut gespielt und uns bestraft. Aber so lange wir die Seele unterbinden, geht es uns gut. Gerade man vorher Q'n müssen. Nicht der Pacer Sprock, hier könnte ich so viel mehr machen. Malbett. Ein bisschen Panic, dass ich der E wehe. Statt einfach zu Q erwähnen. Kann ich Blast vonnehmen? 2, Trinkskill. Ah, nice. Kommt mich bitte. Kommt mich bitte. Kommt mich bitte. Wenn der beruhlten soll, wieder. 3x0 ist, aber... Ah, ich muss... Ich kann nicht ge-aid, scheiße. Wenn ich da gewählt hätte, habe ich so viel mehr gemacht. Ich war ignited da. Ein bisschen Panic nachvollziehbar. Dann sollte mir ignited wird, Malbett. Ich hätte was sehen und ulten können. Dann wäre er gestorben. Dann meine Ults. Ja, wenn ich Flash Staff Cap habe und Level 16 ist jeder Fight so oder so gewonnen. Egal, was man Team macht. Dann Litch will die 1,5en. Wenn ich gut spiele. Mit Death Cap und Level 16 und Flash. Wenn die Rieder zu Nash laufen und wir haben Position. Kann ich gar nicht missplanen. Ich kann nur gewinnen. Wenn die in uns reinlaufen. Wenn ich in Sierra laufen muss, ein bisschen was anderes. Ja. Aber jetzt ist immer nur nicht gestorben. Not sure, ob so Warp war dafür zu Flashen, wenn wir jetzt nichts bekommen. Senden können wir auch nicht, also nehmen wir Bottert. Ey, ist auch mega an Skilled am jetzigen Punkt angekommen. Also, hier zu scalen war der schwierige Part am jetzigen Punkt angekommen. Also, es ist halt wirklich nicht schwer zu spielen. Die Gegner haben einfach nichts, um mich zu bedrohen. Digit gar nichts. Ich bin einfach enden können, wenn ich mit dir geblieben wäre. Scheinbar. Weil Jace dumm gestorben ist. War anstrengend das Early-Game, weil die Gegner so viel roamen können. War einfach komplett gewonnen später. Weil ich einfach so OP war. Und der Kane ja auch online kam, als er seine Form hatte. Richtig straightforward. Early-Game ist hart, aber es war klar. Deswegen haben wir auch dann gepickt. Weil wir wussten, wir werden gegankt werden. Von Pyke, der roamed, klar. Sogar kann das niemals matchen. Lange das Game nicht. FF führte in der 20. Oder sowas. Das Game wird das Mal am Ende. Nice, nice. Hoffe das nächste. Hoffentlich kriegen wir wieder mit den. Aber ich bin auch mit Jungle happy.